So, hey, hey, hey. 1. Mai geht los mit einem super lockerflockigen Cardio-Training, gespickt mit ein paar Bauchübungen. Cardio und Bauch geht immer. Ihr müsst keine Liegestütze machen. Ihr müsst auch, obwohl wir in den Cardio-Übungen auch natürlich Hüpf- und Springübungen dabei haben, müsst ihr nicht springen. Ich gebe euch Alternativen dafür, aber es soll schon Schweißtreiben sein. Wir haben 10 verschiedene Übungen, 9 verschiedene, aber auf 10 geteilt. Machen die im 45-Sekunden-Intervall mit 15 Minuten Pause für den Positionswechsel und das Ganze 2 Runden. Also eigentlich nur 20 Minuten Trainingszeit zum ordentlich Hüpfen, Durchschritten. Eine Sache vorab, ich sage es immer relativ selten und trinke beim Training selbst nichts, aber stellt euch ein Wasser zurecht, falls ihr zwischendurch einen Schluck braucht. Trinkt während des Trainings gerne, wenn ihr damit gut klarkommt oder ihr trinkt hinterher. Wichtig ist nur, das Trinken nicht zu vergessen. Okay, wir beginnen gleich mit Music und mit Erwärmung. Hüftbreiter Stand, die Knie sind leicht gebeugt, Oberkörper ist aufrecht. Heute ist es hier wieder etwas fresh, deswegen in schicken Socken. Wir kreisen die Schultern, stehen hüftbreit mit leicht gebeugtem Knie, aufrecht im Oberkörper. Schönen großen Kreis nach hinten machen mit den Schultern, die Arme aber noch hängen lassen. Noch zweimal und noch einmal. Jetzt kommen die Ellbogen mal zu. Großer Kreis nach hinten. Nutzt den vollen Bewegungsumfang aus, schön weit zurück mit den Ellbogen voran. Wir können so ein bisschen mehr Schwung in die Bewegung legen, indem ihr etwas in die Knie geht. Genau, wenn ihr hochkommt, Knie leicht gebeugt lassen und dann macht ihr die Arme lang, weit nach hinten machen. Noch, rück, 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 noch ein ganz leichtes Bewegen in den Knie. Körperaufrecht, Brustbein angehoben. Noch zweimal und einer noch. Beine öffnen, die Knie und die Füße zeigen nach außen, der Oberkörper ist gerade. Wir nehmen die Hände an die Seite, Fänger, Händen, Daumen, vorn gehen tief und ziehen uns in die Diagonale im Wechsel. Wenn ihr hochkommt, auch ihr Knie leicht gebeugt. Knie und Fußspitzen zeigen nach außen in die gleiche Richtung. Noch einmal. In die Diagonalen rüberziehen. Noch einmal. Zweimal noch und der letzte. Wir bleiben in der offenen Position, machen die Oberkörperrotation hier. Achtet darauf, dass die Knie, die Beine an exakt der gleichen Stelle bleiben und sich nicht verdrehen. Und ein bisschen. Vier noch. Drei. Zwei. Und einer. Locker lassen. Als nächstes. Lunges. Ganz easy Lunges. Also nur so ein leichtes ins Knie gehen. Hochkommen. Kick. Knie. Kick. Lunge. Kick. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Andere Seite. Flansch. Kick. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Hüft weiter steig. Knie leicht gewollt. Arme an die Seite. Und sonst machen wir immer die Bounces. Und diesmal machen wir den Kneelips zum Wechsel. Knie maximal bis Hüftung hoch. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreißig. Fünf. Fünf. Sechs. Sechs. Siebzig. Achtzehn. Neun. Sechs. Zwanzig. Weit öffnen. Vergleiche nochmal an. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Viertel. Fünfzehn. Sechs. Siebzig. Achtzehn. Neunzehn. Und zweifzig. Heute keine Krabbelübung, sondern eine Übung, die die Rückenstreckermuskulatur abgeben. Gerade Oberkörper vor Boden. Aufrichten. Arme absenken. Schultern mit auf dem Rücken zusammen. Nochmal. Hoch. Oberkörper nach. Gerade nach vorne gehen. Aufrichten. Arme absenken. Weitzen. Nochmal. Rücken gerade vor. Aufrichten. Tief. Und rücken. Hoch die Arme. Oberkörper vor. Aufrichten. Arme absenken. Und zurück. Und nochmal. Vor. Aufrichten. Arme absenken. Schulter wieder ganz zusammen. Zweimal noch. Vor. Aufrichten. Zurück. Und einer noch. Vorlegen. Aufrichten. Und aufrichten. Aufrichten. Und zurück. Und zurück. Okay. Weit geöffnete Beinposition. Jetzt hätten wir ein bisschen von der Seite. Wir gehen in die locken. Weiten. Squats. Vier. Wenn ihr hochkommt. Knie leicht gewollt. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Fünf. Sechzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Neunzehn. Zeunzig. Jetzt kommen die Hände wieder mit den Fingern hinten, den Daumen vorne auf die Oberschenkel. Wir gehen den Oberkörper vor und ziehen jetzt das Becken nach vorne, machen den unteren Rücken rund, um die Lendenwirbelsäule so ein bisschen zu mobilisieren. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Der obere Rücken bleibt da schon relativ unbeeinflusst. Neun. Und zehn. Gerade Rücken. Aufmächeln. Füße wieder auf Hüftseite. Im Wechsel mit kleinen hüpfenden Bewegungen tippen wir die Ferse nach vorne. Sieben. Acht. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. 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 Dehnung. Für die Oberschengelerückseite. Schieben. Das Gesäß drücken und assembly etwas hoch. Beige Kiene sind gebelogt. Der Rücken gerade. Leichte. Natürliche Holzwälder Positionen. In der Lendenwirte. Noch mal zurück mit den Gesäß. So dass ihr hier in der Oberschengelerückseite eine leichte Dehnung spielt. Einmal noch. Und wir setzen den Fuß. Auch Hüfestzeiten nach den Fuß. Füße parallel dabei. Gebäckenggerade. Das vordere Knie etwas mehr beugen. Wir ziehen uns ein bisschen mehr in die Warndehnung rein und wieder raus, rein, wieder raus, nochmal, rein, wieder raus, schön das Becken gerade halten, Oberkörper in Verlängerung bis hin zum Beiners, nochmal, zwei noch, einer noch, jetzt, Oberkörper aufrichten, hinteres Knie beugen, etwas weiter runter geht und das Becken nach vorne, hochkippt und zurück, ziehen, und zurück, das Becken kippt hoch, jetzt ziehen wir die Hüftbeugermuskulatur ein bisschen auseinander, ziehen, zurück, ziehen, zurück, nochmal, nochmal, zweimal noch und einer noch und locker lassen, andere Seite, erst ein bisschen Bewegung, diesmal die Fußspitze, und wechseln, Oberkörper auf, rechter Bein, Locker Bewegung und das Ganze geht natürlich auch, wenn ihr nicht springen könnt oder wollt, so, fünf, vier, drei, zwei, stopp, die rechte Ferse, die linke Ferse, auch für die rechte Fußspitze, das ist immer spiegelverkehrt, ich weiß, ihr seht nicht genau andersrum, lasst euch nicht beirrendet sein, das Gesäß schiebt, rück und hoch, rück und hoch, rück und hoch, beide Knie sind gebeugt, Rücken gerade, Oberkörper aufrecht, ansonsten Brustbein angehoben, nochmal, und wir bleiben oben, setzen die Linksfuß weit zurück, parallel zum anderen, in hüftbreiter Position, Becken gerade, und wir schieben uns hier vor und hoch, vor, rück, für das Hinken, in der Wadenmuskulatur eine leichte Dehnung auftritt, die beim nach vorne schieben etwas stärker wird, hacken, hinten am Boden lassen, nochmal, vor, rück, vor, rück, letzter, aufrichten, Knie beugen, die Hüfte, kommt vor, schön nach vorne, hochziehen, und jetzt öffnen wir dazu die Arme, yeah, 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 Koordination, vor, nochmal, vor, vor, und die Arme weit zurück, Wir nehmen das Bein hinten ran, bleiben bei der Armbewegung, hier in hüftbreiter Position, steht, zehn, zweimal, und noch einmal, okay, das war die Erwärmung, wir legen los. Ich muss meine, äh, Ruhe hier einstellen, damit wir in den Intervallen von 45 und 15 bleiben, die erste Übung, so, sind seitens halb kurz, das sind die Ausfallschritte zur Seite, achtmal darauf, die Knie und die Fußstützen zeigen in die gleiche Richtung, das Gericht geht nach hinten, sodass die Knie hier hinter den Fußstützen bleiben, nehmt ruhig die Arme nach vorne, damit ihr das Gleichgewicht besser halten könnt, ich springe den Wechsel, ihr könnt ihn aber, okay, das ist Übung Nummer eins, 45 Sekunden, auf, hier geht's, so, ruhig die Arme nach vorne nehmen, weit zurück, so, Rücken hier gerade halten dabei, Gewicht auf die Ferne, die Knie bleiben immer hinter den Fußstützen, Rücken gerade, Kopf in Verlängerung, der Wurzelwurzel, so, die nächste Übung, die wir machen, ist übrigens eine Bauchübung, noch fünf Sekunden, ungefähr, wir haben 15 Sekunden, das ist genug, um in die nächste Position zu kommen, Rückenlage, ich mach's gern mit Yoga-Block, zwischen den Unterschenkeln, kann man machen, muss man nicht, die Hände sind unter dem Kopf, und wir heben das Becken, 45 Sekunden, Schwerpunkt der Beine ist über dem Bauch, Training für die gerade Bauchmuskulatur, besonders intensiv, weil dynamisch für den unteren Anteil der geraden Bauchmuskulatur, Bauchfest, ja, wenn ihr die Bauchmuskulatur hier einfach anspannt, dann zieht die, eure Beine, zu den unteren Rippenbögen, zieht sich zusammen, und zieht das Becken hoch, schön gleichmäßig, wenn euch das sehr anstrengend ist, macht es etwas langsamer, und ihr habt es schon gleich wieder geschafft, fünf Sekunden noch, und wir legen den Yoga-Block ab, wenn ihr ihn habt, stützen uns über die Seite hoch, wenn ihr stand, nächste Übung, Jumping Jacks, ganz wichtig, hier immer darauf achten, dass die Knie und die Füße nach außen zeigen, und wenn ihr die nicht machen könnt, macht ihr Taps, go, so, weich landen, die Knie und Füße wirklich richtig nach außen drehen, die Arme sind dabei, wir haben 45 Sekunden, noch 35, gleichmäßig atmen dabei, Oberkörper aufrecht, und wie gesagt, wenn ihr nicht springen könnt, macht die Side-Taps, die Hälfte der Zeit, kommen wir um, ein bisschen, wir erscheinen 30 Sekunden für das Kardio manchmal ein bisschen kurz, 45 Sekunden, und geschafft, wir gehen in die Rückenlage wieder, diesmal für die schräge Bauchmuskulatur, diagonale Crunches, Hände unter den Kopf, ein Bein schon angewinkelt, das geht mit der Schulter diagonal nach oben, auf die Hälfte der Schulter, auf die Hälfte der Schulter, so, wir werden mal hochziehen, lasst die Karten fließen dabei, ganz gleichmäßig, achtet mal drauf, dass ihr nicht am Kopf zieht, wo man zwischen Kinn und Brust immer einen forst großen Abstand hat, und dass eure Ellbogen von den Ohren weg nach außen zeigen, und es wirklich die Schulter ist, mit der ihr euch diagonal nach oben zieht, noch 10 Sekunden, Beine abstellen, Übenseite hoch, nächste Übung sind, ist am Prinzip ein Schersprung in die Lunge Position, wir stehen in leichter Lunge Position, Oberkörper aufrecht, und wir wechseln, 1, 2, 3, kurz halten, 1, 2, 3, kurz halten, 1, 2, 3, kurz halten, wer nicht springt, man setzt nach hinten, ja, 2, 3, 5, 1, 2, 3, halten, stabilisiert euren Bauch, euren Rump, spannt euch an, geht ein bisschen tief, je tiefer ihr geht, desto intensiver ist es, ja, wenn ihr es leichter braucht, bleibt die oben, 1, 2, 3, halten, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, Positionswechsel, wieder die Rückenlage, jetzt, für die gerade Bauchmuskulatur, diesmal hebt und senkt der Oberkörper, eure Unterschenkel sind bekreuzt, Hände unter den Kopf, und ganz klassisch, ziehen wir uns nach oben, lasst die Ellen von den oberen weg nach außen zeigen, Knie sind senkrecht über dem Becken, Unterschenkel angenehm gekreuzt, achtet darauf, dass euer Unterrücken fest am Boden liegen bleibt, vor allen Dingen, wenn ihr den Oberkörper ab senkt, soll der Rücken unten am Boden liegen bleiben, gleichmäßig atmen, nutzt die Kraft der Atmung, und die Beine nacheinander abstellen, über die Seite, hoch, die nächste Übung ist eine Seilspringübung, die ihr auch ohne zu springen machen könnt, indem ihr die Knie locker im Wechsel nach vorne hoch geht, auf geht's, ja, mit springen, ohne springen, egal, Knie ein bisschen höher nehmen, aber nicht über Hüfthöhe, die Armbewegung ist dabei, kraftvoll, macht Fäuste, um die Spannung auch in den Armen zu halten, schön tief, Knie anheben, schön im Wechsel, die Hälfte der Zeit habt ihr schon geschafft, und wo wir geht, 스 in den Armen essen, das nicht nach oben, Schön weit eindrehen. Es geht nicht darum, wie hoch ihr mit dem Oberkörper kommt, sondern dass ihr euch optimal eindreht. Lasst die Atmung fließen. Optimal ist es, bei der Oberkörperbewegung nach oben auszuatmen. Schön breitmäßig und dann noch 10 Sekunden. Ein bisschen. Okay, Bein wieder abstellen. Über die Seite hoch. So, eine Übung noch zum Hüpfen, die ihr auch wieder ohne Springen machen könntet, indem ihr einfach nur so über den Block rübersteigt. Checker Jumps, over. Auf geht's. Die letzte Übung. Das ist ein Halten in der Plankposition. Da muss die Bauchmuskulatur gleich statisch arbeiten, weil wir die letzten Sekunden geschafft haben. Okay. Auf geht's. Plankposition entweder hier oder etwas leichter hier. Sucht euch aus. 45 Sekunden. Auf geht's. Halten. Lass den Atem fließen. Das war Übung Nummer 10. Für die, die nicht mitgeschrieben haben. Das Ganze machen wir nochmal. Von vorne. Ab Nummer 1 bis 10 einmal durch. Gleich muss ich atmen. Halten. Bauch fest. Eine gerade Linie von den Schultern bis zu den Fersen. Vom Anfang. Side-to-Side-Squats war die erste Übung. Mit Sprung oder ohne. Auf geht's. Auf geht's. Achtet auf eure Knie. Lasst sie in die gleiche Richtung zeigen wie die Fußspitzen. Gewicht aufgefärben. Dockengraben. Kraftvoller Sprung in der Mitte. Gleich muss ich fließen lassen. So. Und wieder dran denken. Rückengrabe. Knie hinter den Fungsspitten halten. Gleich geschafft. 3, 2, 1, 2. Runter in die Rückenlage. Yoga-Block. Zwischen die Unterschenkel, wenn ihr das möchtet. Die Hände unter den Kopf. Wir heben das Becken. Auf geht's. Kraftvoll. Anheben. So. Ein bisschen. Yes, yes, yes. Ganz viel Spannung in die Bauchmuskulatur. Je höher ihr mit Kraft kommt, desto besser. Ja? Es soll kein schwungvolles Vor- und Rückbewegung der Beine sein. Sondern ihr sollt die Beine anheben. Als ob ihr auf den Füßen ein Tablett balanzen habt. 5 Sekunden noch. So. Okay. Beine abstellen. Positionswechsel über die Seite hoch. Und auf geht's. Jumping Decks. Oder sei Taps als Alternative. Auf geht's. Kraftvoll. Schön weit öffnen. Knie und Füße müssen wir nach außen in die gleiche Richtung zeigen. Weich abfegern. Noch ein bisschen. Schön kraftvoll aufs Lame mitnehmen. Okay. 10 Sekunden noch. 3, 2, 1, 2, 1. Alright. Positionswechsel runter in die Rückenlage. Diagonale Contis. One more time. Helmbe. Oder den Kopf. Den Kopf tragen. Nicht am Kopf ziehen. Auf geht's. 1, 2, 1, 1, 2, 1. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ihr Paten fließen lassen und schön in die Diagonale drehen, mit der Schulter zum Knie. Achtet drauf, dass ihr ganz schön stabil am Boden liegt, mit dem Becken, mit dem unteren Rücken. Noch ein bisschen. Gleich geschafft, fünf Sekunden, drei, zwei, eins, hohen, weit, über die Seite, hoch, in die Schersprungposition, das heißt die Lunges, wechselnd, knieleicht gebeugt, drei und kurz halten. Eins, zwei, halten. Eins, zwei, halten. Eins, zwei, halten. 1, 2, halten. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Alright. Lockern. Runter in die Rückenlage. Beide Beine angehoben. Übereinander gekreuzt. Hände unter den Hinterkopf. Kragen, den Kopf, Oberkörper. Gerade hochziehen. Noch ein bisschen. Vor allem. Ausatmen, wenn ihr nach oben kommt. Hals gerade. Zwischenkenn und Brust. Und dann Faustgrußnachstand. Und nur noch fünf Sekunden. Eins, zwei, drei. Okay. Über die Seite. Und rum. Hoch. Unser imagineres Springseil. Die Heimnieß. Eins, zwei, drei. Auf die Plätze. Fertig. Los. Eins, zwei, drei. 45 Sekunden. Oberkörper aufrecht. Kraftvolle, koordinierte Armbewegung. Und die Knie gehen etwas nach vorne hoch. Wer es anstrengend findet, macht den so. Ist nicht schlimm. Kraftvoll. Spannung in den Bauch. Angehobenes Brustbein. in die Rücken. Und hierher. So. Tapp, 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 tapp. Noch zehn Sekunden. Gleich geschafft. Okay. runter, wieder in die Rückenlage nochmal die diagonalen Crunches für die schräge Bauchmuskulatur die haben wir in den Runden zweimal Finger verschränken Kopf in die Hände reinlegen ein Bäh lang und weiter geht's so Hals gerade Kopf in Verlängerung der Würgelsäule das Becken und der Untere Rücken sind ganz stabil am Boden ohne zu wackeln lasst den Atem schießen ein bisschen ganz verkünden über die Seite geht es rum die letzte Hoppe Übung mit Yoga Block über den Rüberspringen auf die Kette fertig und los geht's 25 Sekunden wenn ich springen will steigt holt mir den Arm ein bisschen Schwung fangt euch weich ab die Hälfte haben wir geschafft die Hälfte haben wir geschafft mit dem Oberkörper ist auch fest und die Hälfte 45 Sekunden schön gleichmäßig atmen schön gleichmäßig atmen Wir ziehen uns hoch, öffnen die Beine ein bisschen, schieben uns hier hoch und lassen den Oberkörper so ein bisschen abhängen, wer mag noch eine Runde, stell die Knie ab, geht und streckt euch in der Position einmal lang aus, Beine lang, Auge nach hinten, atmet tief ein und aus, jetzt lass die Arme locker, stell das rechte Bein auf, nehmt den linken Fuß aufs rechte Knie, lass das linke Knie locker nach außen fallen, greift euch das untere Bein und zieht es zum Körper heran. Und dann stell das Bein ab, wechsel die Seite, rechtes Fuß aufs linke Knie, rechtes Knie nach außen fallen lassen, das untere Bein fassen und zum Körper heranziehen, das dient jetzt ein bisschen die Gesäßmuskulatur, okay, stellt das Bein ab, stellt beide Beine nebeneinander, dreht euch über die Seite, rum, auf alle vier, wir ziehen den rechten Fuß richtig schön an, setzen die rangezogenen Fußspitze auf den Boden und schieben jetzt den Hacken über die Fußspitze rüber in den Boden rein. Jetzt nehmen wir genau das Bein, stellen es vorne, außen, neben der rechten Hand auf und schieben jetzt das Becken durch beide Beine in Richtung Boden, nehmt den Fuß zurück, setzen das linke Bein herangezogenen Fußspitze hinten ab, schieben das Becken durch beide Beine in Richtung Boden, hoch, dann streben, rene ich, was rede ich, sag mir das, hacken tief, Fußspitze stehen lassen, sodass wir die Wadenmuskulatur wieder dehnen, jetzt locker lassen und jetzt nehmen wir den linken Fuß außen Arm der linken Hand vorbei, schieben das Becken durch beide Beine in Richtung Boden, Wir nehmen beide Knie nebeneinander, stützen die Fäuste auf und machen den Rücken hier ganz rum. Wir lassen den Kopf hängen, machen den Rücken wieder gerade, stellen die Hände nach vorne auf. Die Knie bleiben senkrecht unter den Becken, wir krabbeln uns ganz lang nach vorne mit den Händen und senken den Kopf durch beide Arme in Richtung Boden. Wir ziehen uns an oben, stellen einen Fuß vorne auf, stützen uns auf diesen Oberschenkel ab und drücken uns hoch in den Schrank. Die Knie und die Füße zeigen nach außen, wir stützen uns mit links ab und ziehen uns über die linke Seite rüber mit dem rechten Arm. Und jetzt senken wir die Arme ab und in der Position drehen wir die Daumen nach hinten. Und wir lösen hier die Spannung nochmal, lockern, schultern, indem wir sie nach unten schützen. Bisschen Kraft. Und das war's für heute. So, das war's für heute. Ich schwitze, ich mache jetzt noch eine Aufnahme fertig für Instagram. Auf Instagram gibt es dann immer für die Trainings, die ich mache, für diejenigen, die nicht bei Facebook, sondern bei YouTube gucken, ein Sneak Preview auf das Training, was dann gleich bei YouTube oben landet. Genau. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Mittrainieren oder auch beim Zugucken. Du hast mir auch recht. Hauptsache, ihr habt was davon. Und ich freue mich über Likes. Ich freue mich darüber, wenn ihr meine Beiträge teilt. Und wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Ullis Homeworkout heißt es auch da. Und wenn ihr Fragen zum Training habt, schreibt mir. Wenn ihr Motivationsprobleme habt, schreibt mir. Wenn ihr Anregungen wollt, wenn ihr eine Verletzung habt oder irgendeine Vorgeschichte, die euch im Training beeinträchtigt, meldet euch. Ich finde bestimmt eine Lösung, sodass ihr trotzdem mittrainieren könnt. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen 1. Mai-Feierabend und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal, wahrscheinlich morgen, aber ich weiß noch nicht genau, ich kündige es auf jeden Fall an, wie ihr dabei seid. Bis dann. Ciao.